moin liebe freunde des cnc fräsens heute zeige ich euch wie ihr in fusion templates für fräsoperationen anlegen könnt und wie sich dadurch die arbeitszeit im kammteil deutlich verkürzt ihr kommt also deutlich schneller aus der konstruktion zu einem fertigen cnc programm ich habe auf die schnelle in fusion und körper erzeugt indem einige fräsoperationen drin sind die ich häufig verwende also jetzt nicht vollständig und diese fräsoperation die werde ich mir hier hinterlegen und kann sie dann später in anderen konstruktionen gut nutzen die fräsoperation für diesen körper seht ihr hier auf der seite das wären die operationen die ich für dieses bauteil brauche es gäbe jetzt verschiedene möglichkeiten diese operation hier anzulegen also man könne sie von grund auf neu hier rein machen das habe ich aber nicht getan sondern ich habe mir aus anderen projekten zum beispiel hier aus dieser spannenvorrichtung habe ich mir das bohrfräsen rausgeholt und auch noch aus anderen projekten weitere sachen so dass ich diese operationen größtenteils aus anderen projekten genommen habe man kann da also einfach rein gehen geht hier zum beispiel auf das bohrfräsen sagt kopieren geht dann in seinem projekt rein und kann das dann hier einfach einfügen in dem setup so habe ich das mit den ganzen operationen gemacht man muss dann halt eben noch mal rein gehen und muss in dieser operation die entsprechende kontur auswählen also hier musste ich jetzt zum beispiel diese bohrung auswählen weil vorher in dem anderen projekt war ja irgendein anderer bereich ausgewählt durch das kopieren und einfügen von fräsoperationen aus anderen projekten kann man die zeit schon deutlich verkürzen im kam teil aber man muss dann teilweise in unterschiedlichen projekten suchen dass man die passende operationen findet und deshalb ist es besser dass man ein projekt macht wo die gängigen fräsoperationen drin sind und die kann man dann einfach später in anderen projekten leicht verwenden indem man ein template erstellt die operationen die ihr jetzt hier in eure in euer muster rein nehmt die müssen natürlich getestet sein dann muss alles stimmen dann müssen die richtigen fräser ausgewählt seien die richtigen vorschübe tiefen schnitte und so weiter das muss im prinzip alles bei diesen operationen passen weil die wollen wir später ja wiederverwenden das erstellen des templates ist jetzt super einfach also ihr klickt einfach diese operation an ich klicke die erste operation an halte die shift taste und klickt dann die letzte operation an dann sind alle ausgewählt und dann kann ich mit einem rechtsklick einfach als vorlage speichern sagen dann gibt es so ein fenster ich habe das schon gemacht ich habe es alufräsen genannt und habe da meine operation dann abgespeichert ich kann euch die fräsoperation mal kurz hier in der simulation zeigen also sind planfräsen drin bei mir sind 38 mm planfräser taschenfräsen habe ich drin ein bisschen schneller machen bohrfräsen ist drin mit verschiedenen fräsern konturfräsen phasenfräsen und gewinde schneiden das ist jetzt noch nicht vollständig aber ihr könnt der fräsoperation die ihr noch weiter benötigt auf jeden fall noch hinzufügen ich habe ein bauteil vorbereitet und da schauen wir uns jetzt mal an wie wir dieses template nutzen können das setup habe ich schon gemacht koordinatensystem gesetzt ich habe oben und an der seite jeweils ein millimeter material stehen was wir jetzt weg fräsen können jetzt ist es recht einfach geht einfach mit rechtsklick auf der setup und dann von vorlage erstellen meine vorlage hatte ich alufräs operation genannt so jetzt sind ganz viele fräsoperationen drin und das macht aber nichts wir werden uns einfach die rauspicken die wir brauchen das planfräsen hier oben das sieht schon so aus ob es funktionieren würde als nächstes würde ich dann vielleicht das kontur fräsen nehmen das schiebe ich mal da hoch kann jetzt natürlich noch nicht funktionieren weil ja die falsche kontur feuer ausgewählt war das heißt ich muss einfach hier noch mal rein gehen die kontur die ausgewählt war lösche ich und wähle jetzt die kontur aus die ich hier in meinem projekt habe das war es schon nach dem kontur fräsen ja ist jetzt eigentlich egal wie ich weitermache vielleicht nehme ich mir die tasche mal da ist auch schon auch hier wieder einfach ein doppelklick die kontur einmal löschen dann eine auswahl nehmen und soll jetzt hier unten sein auch da bin ich jetzt schon fertig dann muss ich bohr fräsen das sind bohrungen für m6 und das sind bohrung für m8 die bohrung für das m6 gewinde ist fünf millimeter also muss ich im freiser nehmen der kleiner ist als fünf millimeter dann werde ich jetzt den vier millimeter fräser nehmen schieben wir den mal hoch den vierer und ich werde jetzt einfach die kontur aus die bohrung werde ich aus ja das war es auch schon damit im nächsten schritt würde ich jetzt phasen fräsen ich nehme mir diese operation und diese unter das bohr fräsen also hin und muss jetzt natürlich auch wieder auswählen wo ich eine phase haben will ich nehme erstmal alles raus und werde jetzt die phasen an einmal hier dann bei dem langen loch bei den gewinden okay das war es auch mit der phase wie jetzt fehlt eigentlich nur noch das gewinde also ich habe einmal das gewinde m6 das ziehe ich mir hier hoch das waren die beide da habe ich mich verwählt dass da oben ist das m8 da muss ich nochmal korrigieren und jetzt fehlt noch das m8 gewinde dass die beiden so damit wäre ich im prinzip schon fertig jetzt stehen hier noch ein paar fräser operationen die brauche ich aber jetzt nicht und jetzt markiere ich die einfach und entfernen die so das war es schon wir können uns jetzt auch noch mal das ganze in der simulation anschauen ich blende vielleicht mal das modell aus und wir legen mal los also mit bisschen übungen kann man mit templates in wenigen minuten den kam teil zu ende bringen jetzt kann ich mir auch schon direkt den cnc code erzeugen lassen hier fehlt noch die auswahl ich habe einen neuen rechner und da muss man die ordner anlegen ja das muss eigentlich nur einmal machen und danach ist das eingestellt so wir haben den cnc code und damit werden wir jetzt schon fertig und könnten diesem code an die maschine gehen ich finde tempel jetzt in echt eine tolle sache wenn man sich überlegt wie viel werte man bei den einzelnen operationen einstellen muss bei denen man sich auch vertun kann ist das wirklich klasse es gibt natürlich auch ausnahmesituationen wurden template nicht einfach so anwenden können jetzt bei den gewinden zum beispiel müsste aufpassen wenn er dann sacklöcher habt wo ihr gewinde rein macht aber auch dafür könnte man ja templates anlegen ihr könnt ja meine kommentare schreiben was ihr von den templates haltet und wenn euch das video gefallen hat würde ich mich auch über ein like freuen ja vielen dank dann fürs zuschauen und bis zum nächsten mal euer anton